Ja, da brauchen wir noch einen, also noch einen viralen Tüte. Wir sind im Sinne von, dass wir hier kurz mal... Ja, gegen einen anderen Racer heißen. Das Problem ist halt, dass der Bruder halt Punkt U nehme, ich weiß? Würde ich lassen. Es ist jetzt alles so geil verlaufen. Es ist nur eine selber Pumpe kaputt gegangen. Ich würde die Götter nicht weiter reizen. Und ich meine, wo ich spreche. Hilf mir! Du weißt von was, ja? Ich bin der Robabi. Ich bin der Robabi. Ja, aber einmal waren wir gut am Gast. Aber danke Ihnen ja nicht.